Ja, es war ein absolut einmaliges Erlebnis, glaube ich. Es hat richtig Spaß gemacht, hier vor unserem Publikum zu spielen und die haben einfach mitgefiebert und ja, ich bin in die Stadt gegangen und so viele Leute haben mir auch Glück gewünscht und ja, es macht Spaß und ich hoffe, so geht es auch nächstes Jahr weiter und die Halle wird immer voll sein.